Ihr Geruch weckt alte Erinnerungen. Äh, nee, die sollte einfach mal wieder gewaschen werden. Die Puppe, die miefst so ein bisschen. Aber gut, das sind halt alte Erinnerungen. Ich hoffe, ihr werdet gute Freunde. Das hast du vergebens, junge Dame. Bei guter Gesundheit. Items verstaut. Fehlt noch was? Hä, was labert das? Was? Hä, wer bist du denn? Du bist ein Spanner. Hä, 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 hä. Sie steht auf uns, kann das sein? Was soll ich tun? Was sollen wir tun? Jemand muss doch helfen. Ja, da geh doch hin, Mann. Was ist los mit dir? Mud Pie heißt unser neues Pokémon. Schmeckt nicht nur lecker, sondern sieht auch verdammt gut aus. Komm, lass uns zusammen zurückgehen. Ja, komm, lass uns zusammen zurückgehen und dann haut sie ab. Sie kommt mir oft bei der Feldforschung besuchen. Wenn ihr ein seltenes Pokémon in den Ball gegangen ist. Also eigentlich nie. Durch dieses Update wurde die Poké Multinavi um die Poké Navi Funktion erweitert. Wurde dein, was schwere Sprache, deutsche Sprache sein tun. Ah, was könnte das sein? Dreimal dürft ihr raten. It's Pikachu! Ne, leider falsch. Alter, wie... Ich hasse es, wenn Eltern andere Kinder viel besser behandeln als einen selbst. Ich habe kein Pokémon vom Papi bekommen. Aber vorher musst du noch um einiges stärker werden, Poka. Gut, geht klar, Papi. Ich bin auch überhaupt noch mal sauer auf dich, dass du Heiko bevormundest. Ist schon okay. Ich meine, ich bin ja nur dein Sohn. Dein Sohn, der aus deinem Samen gezeugt wurde. Wingull. Wingull! Äh, kann ich mich da ranschleifen? Ne, geht definitiv nicht. Huuuuh! Einfach, weil es Fifi-Fifi heisst. Ja, es ist halt so. Tut mir leid. Was kann ich dafür? Ah, es ist auch mal wieder schön, so ein Pokémon-Spiel. Einfach, einfach ohne Challenge zu spielen. Ohne Nuzlocke, Wetlock, Wonderlock, Egglock, Jacklock, Fatlock, Maclock und so weiter. Du, du bist ja richtig stark. Ja, danke. Danke, du bist einfach nur schwach. Hey, danke! Wichtige Dokumente wollte ich schon immer haben. Das, das, das Bild war aber hier. Im Original war das dort links. Ey, die haben das umgesetzt. Ey, jetzt, jetzt ist der ganze Nostalgie-Faktor weg. Äh, echt jetzt. Ne, Spaß bei dir. Das ist übrigens ein Witz. Manchmal übertreibe ich. Weißt du? Weißt du? Übertreibung?